Ich habe die Tischlerei 2020 übernommen, habe zurzeit sieben Mitarbeiter. Unsere Produktpalette bezieht sich von der Terrassenüberdachung bis hin zum Hochglanzmöbel. Das alles decken wir ab. Holz, Kunststoff und Aluminium ist definitiv kein Problem. Auch nasses Holz ist kein Thema. Die Arbeitssicherheit ist für mich eines der größten Punkte in einem Unternehmen, in einer Tischlerei. Wenn ein Mitarbeiter ausfällt, ist das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen ist Arbeitssicherheit elementar. Leider habe ich schon Unfälle gehabt an der Formatkreissäge. Ich habe mir einmal am rechten Daumen und am linken Mittelfinger ein bisschen was abgeschnitten. Aufgrund dessen stehe ich auch zu einem Projekt wie die Suncard-Systeme sehr positiv gegenüber, weil ich weiß, wenn ich das System damals gehabt hätte, wären diese Unfälle definitiv nicht passiert. Unfälle tun weh. Ausfälle kosten Geld. Handcard verhindert definitiv beides. Ich würde die Handcard auf jeden Fall einem Kollegen empfehlen. Allein aus dem Grund heraus, das gibt mir als Chef ein bisschen die Sicherheit, dass die Mitarbeiter nicht so schnell einen Arbeitsunfall erleiden können als bei anderen Maschinen.